Ja, gucken wir uns an, auf jeden Fall. Das ist das 1 zu 0, sehr früh nach 5 Minuten durch Mandy Islacker. Vorarbeit Kerstin Garefrege ist natürlich ein bisschen glücklich zustande gekommen. Und dann haben wir natürlich auch das 2 zu 0 aufliegen, kurz vor der Pause. Also guter Start, gutes Ende in den ersten.